Also, das nächste Lied liebe ich. Ich mag Däscher, Danzer, Prenzer und Blitzen. Die sind echt cool. Ja, schon, aber wenn das Publikum mitklatscht, dann stoppt Herr Müller den Song. Davor habe ich etwas Angst. Ich nicht. Wir dürfen doch schnipsen. Also, auf Beat, also auf zwei und vier. Und das Publikum wird dann auch nicht klatschen, sondern nur mit den Fingern schnipsen. Das klappt schon. Okay, probieren wir es. Hier kommt Rudolf, der Red-Nosed-Rentier. Aber bitte nur mit Fingern schnipsen. Rudolf, das kleine Rentier, hat eine schweile rote Nass. Und diese Nase leuchtet. Wie ein Licht aus rotem Lass. Als seine Rentierfreunde lacht er wie das Segen aus. Bei ihren Rentierspielen blieb er stets allein zu Haus. Als sein Heiligabend kam, sprach der Weihnachtsmann. Rudolf bringt den Nasenlicht, führ uns durch den Nebel dicht. Rudolf ist nun der Größte, freundlich sind in groß und klein. Rudolf ist nun der Größte, freundlich sind in groß und klein. Und die Geschichte ist nun der Größte, und die Geschichte ist nun der Größte. Rudolf ist nun der Größte, Führ uns durch den Nebel dicht. Rudolf ist nun der Größte, freundlich sind in groß und klein. Rudolf, duikleines Rentier, gehst in die Geschichte an. Untertitelung des ZDF, 2020